das liegt einfach nur daran unsere katze hat ein entzündetes augen und ich musste kurz noch augentropfen reintun oder deswegen alles gut so jetzt auch mit der richtigen kann ja was ich ein bisschen schade fand ist dass du nur festgelegte frau farben auswählen kannst und nicht selber einstellen kann solche farben das auto haben soll kannst du kannst du doch anpassen ja habe ich habe ich doch auch aber nur aber aber nur aus festgelegten farben du konntest jetzt nicht einfach sagen das auto soll statt blau rot sein oder was geht nicht ganz hast du vier festgelegte nach so vier ja doch ja ganz halt nicht einfach frei die farbe wählen sondern muss seit vier ausgeführt vorgelegt weiß weiß grün orange und grau so ja dann aber das heute mit den vierten autos ja und es wird genau heute noch durch und spiel von kraft noch durch so ja dann aber ja 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 was denn nein wirken kriegt irgendwie nur ja 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 war dass die bombe auf jeden fall du bist das davon nach mann alter ich also diese dinge einfach ich dachte ich helfe dir mal wieder raus und kein stubs davon an sich verstehe ich ja den sinn dass das dass dieses pickups aber sollte halt auch schon so hingestellt werden dass auch chancen das vorbeizufahren und nicht ja das stimmt ich meine dafür mal dagegen fährst flog 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 rapide test der runde rapide 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 schurzokriezschneider wir haben jetzt endlich nein gezogen worden ich frage ich bin mit dabei zweck von dem ding erst probleme ich konnte sich richtig sehen wegen diesen scheiß notenkacke da eigentlich war ich weiß wie du weg wie gesagt ich glaube ich habe gerade hinter der noch ein weg geschossen und was kann man mit kooperation die creme unter creme okay wie ich ziemlich weit hinten oder das was du gemacht wird die denken noch zu viel an unsere whatsapp gespräche gab es da je zweifel okay so renn nummer zwei hast du eigentlich flink oder schutzreifen drauf baby mann schloss fernseher Achso. Alter, ich hab voll die Kiste auf den Kopf gekriegt. Aua. Oh, aber das Haus schafft gerade. Schon wieder so knapp. Alter. Boah, diese scheiß Kotzstrahldinger da. Ich finde das immer noch lustig, die Musik beim Super Turbo. Eigentlich denkst du, da kommt so voll die Mega-Motivationsmusik. Und dann du-dahl-däh-däh. Aula alter. aber über platt gefahren also ich bin platt wie eine flunde ich habe auch schon gekriegt vorsicht beim schreiben links ist steile nicht mehr so scheiß achse abgekriegt am hoch entwickeln sich dadurch kann steile ja direkt am ziel aber sie gerade wieder ist kaputt gegangen nur für nur für oh ja eine vierte momentan oder faktor ja klar naja aber ich habe zu weit weit weg oder ich habe es aber riesig gewesen sein wenn ich nach vorne auf jeden fall allein hätte ich das nicht geschafft ich weiß nicht wie groß der abstand war die baby auf alle fälle 15 sekunden guck mal überlegt mal was der baby 25 sekunden vorsprung deswegen sind die zeitgeber gelaufen Yvonne, bei mir steht gerade Verkerlsstau. Ach Yvonne, voll die Angeberin mit der goldenen Karre. Wenn ich bei ihr fertig bin, dann glänzt bei mir auch was. Das will keiner wissen jetzt genau. Bleib in der Bahn, ich bin entwünscht. 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 Abgezogen hier vorne. Ich komme nicht wirklich rein. Ne, dritter. Keine Chance gehabt, soweit ich mal irgendwie näher war. Direkt wieder irgendwas hinterher. Blitz, war auch immer hinterher gekriegt. das war nicht mein rennen keine ahnung was los war kann man einfach nicht noch vorne du bist dritter oder ich bin zehnmal was willst ich bin vierter fünfter oder sowas geworden wird er glaube ich doch okay weil ich war eigentlich fünf da und dann habe ich aber wohl noch mit dem bus normal zwei überholt weil eigentlich war ich welchen fenster ja wie gesagt guck mal beim letzten mal wo ich das eine rede wo ich da zwölf damit abgeschlagen wurde da nur kann man nur auf die reihe gekriegt hat geht ja passiert manchmal so letzteren nichts kann nicht aufhalten ja 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 so wie ich dann mit der vorne ich denke da habe ich keine fehler laufen gerade sonst bist du nicht ganz schnell weg vom fenster das ist die stecker der baustelle das ist jetzt wieder das rennen wohl jetzt bei mir aber das ist bei mir nicht so läuft dann war neun tag jetzt kommt bis zu nach vorne ja ja ich bin zweiter ich bin zweiter ich bin neun tag im ducke ja gut ich bin gespannt ja ich fühle sie wie eine rakete ich bin da auch immer wieder einer von mir mal den kattest du nach der vorne kommt noch einer mit super turbo ja ich habe schon gesehen trägt erwischt was war das ich war noch nicht mehr in der nähe von irgendwas das ist doch ein witz ist das ich habe auch gerade ja genau geht mir auf eier blitz dann kriegst du stachel hinterher werde weggeschoben und dann noch einmal von hinten und auch nicht in die baustelle die da kein gadget also genau dazwischen gefahren ja haha jetzt war mir fast klar oder diese scheiß steine bin ich so weit drüber dass runter gefallen nein doch gewonnen ich bin dritter geworden weil damit irgendwas mich überholt hat bis zweiter geworden war irgendwie ein stein auf mich doch gefahren ist vorbei geflogen ist mit irgendwas doch das werden eigener links gewesen ich habe noch so super turbo kurz vor schluss mit den habe ich auch gehabt die niemand einsetzt haben wir den alle okay ich habe aber auch gezündet ich hatte ein naja sieht ein bisschen was besser aus auf der letzten da müssen wir können wir jetzt noch ein zwei rennen ob lobbies machen bevor wir dann feiern machen ja kann man machen ich glaube es war das letzte jahr naja so wirklich sogar nicht mal gezählt daher ist das thema ziemlich eindeutig 50 punkte vorsprung nur ich bin stolz auf euch ich bin stolz auf euch ich bin stolz auf euch dann stell mal ein äh ich bin